Fachbegriffe in unter 120 Sekunden erklärt. Heute Medienpädagogik. Die Medienpädagogik ist eine Teildisziplin der Pädagogik. Das oberste Ziel der Medienpädagogik ist es, Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen bei der individuellen Erlangung von Medienkompetenzen zu unterstützen. Als Medienkompetenz bezeichnet man die Fähigkeit, dass der Mensch Medien und ihre Inhalte positiv und konstruktiv für die eigenen Ziele und Bedürfnisse nutzen kann. Heutzutage denkt man bei Medien sehr schnell an Handys, Smartphones, Computer, Tablets und Co. Als Medien werden aber auch Bücher, Bilderbücher, Zeitschriften, Fotos, Lieder, Filme und Co. bezeichnet. In der Medienpädagogik geht es um eine reflexive und kritische Betrachtung im Umgang mit Medien. Medien können eine riesige Chance, aber auch eine große Gefahr darstellen. Medien können ein super Mittel zur Informationsvermittlung, zur Erweiterung der Wahrnehmung und zum Ausleben kreativem Handelns sein. Sie können aber auch Träger von Falschinformationen, verstörenden Inhalten oder betrügerischen Aktionen sein. Daher ist die Vermittlung von Medienkompetenzen, vor allem in der heutigen Zeit, ein elementar wichtiger Bestandteil. Medien sind aus unserem Alltag und der modernen Gesellschaft nicht mehr wegzudenken. Insgesamt geht es bei der Medienpädagogik also darum, Medienkompetenzen zu vermitteln und den Menschen einen selbstbestimmten, reflektierten, aber kritischen Umgang mit Medien zu ermöglichen.